Willkommen zurück, neues Video in der Serie über den Heilsplan Gottes. Wir waren bei der Situation von 2. Mose 34, als das Gesicht von Mose glänzte und wir sahen durch 2. Korinther 3, dass dieses Glänzen etwas ist, was wir auch haben können, zwar nicht äußerlich sichtbar, aber innerlich, indem wir uns in die Gegenwart Gottes stellen, werden auch wir verändert in unserem Inneren. Genial, wir brauchen uns nicht selber zu verändern, sondern es ist Gott, der das tut. Jetzt ab Kapitel 35 bis 40 von 2. Mose wird dann geschildert, wie die Stiftshütte gebaut wurde. Da wiederholt sich vieles von dem, was Gott auf den Bergen von Gott schon erhalten hatte, wie er sie bauen soll und jetzt kam die eigentliche Umsetzung, wie Gott da auch die Handwerker beruft und begabt. Und dann ganz am Schluss von 2. Mose 40, 34 heißt es, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, wie die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Wow, genial, wenn so die Atmosphäre Gottes dermaßen dicht ist, dass man nicht mehr normal arbeiten kann. Etwas ähnliches kam ja dann bei der Einweihung des Tempels. Wir kommen dann noch darauf. 3. Mose, die ersten sieben Kapitel, das ist so die Beschreibung der einzelnen Opferarten. Das heißt da immer wieder, es soll ohne Fehler sein. Auch Jesus musste als Lamm Gottes ohne Fehler sein, das heißt ohne Sünde. Also das Äußere des Tieres, dass es fehlerlos sein musste, also nicht zum Beispiel ein gebrochenes Bein hat oder so. So wird das auch ins Neuen Testament geistlich übertragen, dass Jesus eben ohne Sünde gewesen ist. Es kommt dann die Einsetzung von Aaron und dann sein erstes Opfer. Kapitel 9, Vers 23. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk und ein Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und das Fett auf dem Altar. Da hat sich Gott jetzt zu dem ersten Opfer, das Aaron und seine Söhne gebracht hat, gestellt. Das ist natürlich ein grandioser Moment. Ja, dann der Tod von Nadab und Abihus. Das sind die beiden älteren Söhne von Aaron gewesen. Die haben ein falsches Opfer gebracht, sind gestorben und die beiden Jüngeren mussten dann ein Opfer für sie bringen. Dann die unreinen Tiere. Speziell ist dann im Kapitel 11, Vers 44. Denn ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen, so dass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig. Das ist nun die erste Stelle, wo Gott sich selbst als heilig bezeichnet und gibt uns darum den Auftrag, ebenfalls heilig zu sein. Das heisst, die Gebote entsprechen eben seinem Wesen. Wir haben schon darüber geredet, weil er heilig ist, sollen wir heilig sein. Das ist jetzt unser Auftrag. Im Alten Testament war nicht die Kraft dazu, da heilig zu sein. Im Neuen Bund werden wir innerlich verwandelt, wie wir schon gesehen haben, aber auch das ist erst, wir sind erst auf dem Weg dazu. Also ein toller Vers hier. Ganz speziell ist dann Kapitel 16. Das hat heilsgeschichtlich eine ganz große Bedeutung. 3. Mose 16, das ist nämlich der Yom Kippur, der Versöhnungstag, ein ganz spezieller Tag im Herbst. Das hat gemäss Hebräer 9 eine große typologische Bedeutung für uns. Darum wichtig, dass wir uns das ansehen. Ich lese ab 3. Mose 16, ab Vers 15. Danach soll er den Bock, also der Hornpriester, der Bock des Sündopfers des Volkes schlachten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang und soll mit seinem Blut tun, wie er mit dem Blut des jungen Stieres getan hat und etwas davon auch sprengen gegen den Gnadenstuhl und vor den Gnadenstuhl. Das heisst, es gab da zwei Opfertiere. Es ist der Stier, das ist auf der einen Seite das Opfertier für ihn und seine Familie und auf der anderen Seite dann der Bock. Auch dieses Blut musste er nehmen. Er ging also zweimal ins Allerheiligste hinein und hat das Blut um die Bundeslade auf den Gnadenthron besprengt. Was hat er damit gemacht? Vers 17. Kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, Sühne zu schaffen im Heiligtum, bis er herauskommt. So soll er Sühne schaffen für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israel. Einmal im Jahr hat das stattgefunden. Jetzt werden die Sünden des vergangenen Jahres vergeben. Das heisst, bewusste, grössere Sünden, die hat man ja gesühnt, indem man ein Opfertier geschlachtet hat. Das zeigt 3. Mose 1 bis 7. Aber so die vielen kleinen und die Gedankensünden, das hat man nicht extra gebracht. Die kannte man ja vielleicht auch nicht einmal und das wurde jetzt da gebodigt auf diesem Versöhnungstag. Jetzt heisst es da, Sühne schaffen. 2. Samuel 21,3 zeigt uns, dass es eine Wiedergutmachung ist. Sühne ist Wiedergutmachung, es ist eine Ersatzgabe. Also da wurde etwas Schiefes gemacht, gesündigt und jetzt kommt eine Ersatzhandlung, die das wiedergutmacht. Sühne heisst eigentlich überdecken. Das heisst, etwas Sündiges wird zugedeckt, dass das Sündige nicht mehr da ist. Das ist diese Sühnung, die da der Hohen Priester gemacht hat. Ich lese weiter im Vers 30. Denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet von all euren Sünden, von all euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum soll es euch ein hochheiliger Sabbat sein und ihr sollt fasten. Eine ewige Ordnung sei das. Da merkt man, das ist da mit dem Volk Israel und das hört doch dann auf, der alte Bund, aber da steht, es ist ewig. Und da merken wir wieder diese Perspektive raus aus dem alten Bund hinein in den neuen Bund. So hat es Gott von Anfang an geplant. Die Entsühnung bewirkt die Reinigung von den Sünden. 32. Es soll aber solche Entsühnung schaffen, ein Priester, den man gesalbt und dessen Hände man gefüllt hat, dass er Priester sei. Das heisst, ein Hohenpriester, der musste offiziell eingesetzt sein, der konnte das machen. Vers 34. Das soll eine ewige Ordnung sein, dass ihr Israel einmal im Jahr entzühnt wegen aller seiner Sünden. Na gut, jetzt haben wir da die Perspektive schon gehabt. Es ist etwas Ewiges. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, was bedeutet das denn für uns? Wenn es ewig ist, dann muss es ja auch für uns heute eine Bedeutung haben. Und das wird jetzt in Hebräer 9 aufgegriffen. Ein ganz wesentliches Kapitel, so ein Säulenkapitel, um den Heilsplan darstellen zu können. Wir haben ja bereits gesehen, wir können die Elemente des alten Bundes typologisch auf den neuen Bund nehmen. Also Priester, das sind wir Christen. Der Hohenpriester, das ist Jesus. Wenn das am 3. Mose 16 vom Hohenpriester die Rede ist, dann können wir da gleich schauen, da macht Jesus etwas. Und das beschreibt der Hebräerbriefschreiber im Kapitel 9. Ich lese ab Vers 7. In das 2. aber geht nur einmal im Jahr allein der Hohenpriester und das nicht ohne Blut, dass er opfert für die unwissentlich begangenen Sünden die eigenen und die das Volk. Also er wird im Tempel beschrieben. Wir haben den Vorhof mit dem Brandopferaltar und dem Waschbecken und dann das Heiligtum. Das ist zweigeteilt. Das Heiligtum vorne mit dem siebenarmigen Leuchter, mit dem Schaubrotetisch und dem Räucheropferaltar. Dann war eine Trennungsmauer, also ein Vorhang da und dahinter dann das Allerheiligste. Und jetzt in das Zweite, in das Allerheiligste, heisst es, da geht der Hohenpriester aber nur einmal im Jahr. Das macht eben deutlich, man kann sich Gott nicht nahen. Nur einmal im Jahr und selbst nur der Hohenpriester konnte so nahe an den Gnadenthron Gottes kommen. Das aber nicht ohne Blut. Er nimmt eben das Blut des Stieres respektive des Bockes mit, um die eigenen Sünden respektive der Familie, aber eben auch für die Sünden des Volkes zu sühnen. Vers 8 Damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins Allerheilige noch nicht offenbart sei, solange das erste Zelt Bestand hat. Ja, das ist eben das Problem gewesen. Die Stiftshütte macht deutlich, man kann sich Gott nicht nahen. Gott ist heilig, wir sind sündig. Und darum gab es ja rund um den Vorhof diese Abtrennung. Nur Juden konnten in den Vorhof heiden nicht. Die hatten keine Chance, zu diesem heiligen Gott zu gelangen. Aber auch die Juden durften nicht ins Heiligtum. Das war alleine den Priestern vorbehalten und ins Allerheiligste konnte eben nur einmal im Jahre der Hohenpriester. Das heißt, die Stiftshütte macht deutlich, ich bin heilig, ihr seid Sünder, da gibt es eine Trennung, keine Chance. Und das nimmt jetzt der Hebräerbriefschreiber auf und sagt, der Weg ins Allerheiligste ist eben noch nicht geöffnet. Das hat er ja vorhin im Kapitel 4 eben geschildert, dass jetzt der Weg offen ist. Warum nämlich? Weil wir Priester sind und als Priester haben wir nun Eingang ins Heiligtum und weil der Vorhang zerrissen ist, als Jesus am Kreuz gestorben war, haben wir als Priester jetzt auch Zugang ins Allerheiligste. Das war im Alten Bund aber noch nicht der Fall. Vers 9 haben wir schon gelesen, das ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, es werden Gaben und Opfer dargebracht und so weiter. Also im Alten Bund war das alles noch geregelt, man konnte Gott nicht nahen. Vers 11 Christus aber ist gekommen als Hohenpriester der kommenden Güter durch das größe und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das ist, das nicht von dieser Schöpfung ist. Ja, wir verstehen es ja inzwischen. Es gibt also die himmlische Stiftshütte und die Kopie davon auf der Erde. Und Jesus wird jetzt hier als Hohenpriester bezeichnet. Jesus ist typologisch gesehen der Hohenpriester im Alten Testament und Jesus durchschreitet nun den Himmel und geht in die Gegenwart Gottes. In das grössere, in das vollkommenere Zelt, also nicht in die Stiftshütte, das ist nur die äußere Kopie, sondern Jesus ging im Original in die Gegenwart Gottes. Das ist nicht mit Händen gemacht, eben immer der Vergleich, das äußere mit Händen gemacht, das Göttliche, das ist eben von Gott her. Also, nicht das von der Schöpfung, sondern das, was im Himmel ist. Da ist Jesus hinzugegangen. Vers 12, er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Ah, das muss man sich so richtig zergehen lassen. Grandios, dieser Verse. Also, nicht durch Blut von Böcken oder Kälbern, denn der Hohenpriester im Alten Testament hat ja fremdes Blut mitgenommen. Jesus ist mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste, zum oder vor den Vater erschienen. Sein eigenes Blut und jetzt heißt es ein für allemal. Im Alten Testament hatte der Hohenpriester ja das Problem, jetzt wurde zwar Sühne geschaffen von den Sünden, die da gewesen sind, auch die verborgenen Sünden, aber weil er selber als Hohenpriester Fleisch ist, eine sündige Natur hat, darum ist die nächste Sünde bereits wieder da gewesen. Man konnte das Gewissen nicht reinigen, man hatte keine Heilsgewissheit im Alten Bund. Jesus hingegen ist vollkommen sündlos und darum musste er nur einmal ein Opfer bringen, darum ist es eben ein für allemal. Fünfmal dieser Ausdruck im Hebräerbrief, ein für allemal. Da sieht man, wie grösser, wie besser dieses Opfer ist, das Jesus dargebracht hat, aber auf den Grundlagen dessen, was der Hohenpriester im Alten Testament gemacht hat. Ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das, was Jesus macht, wirkt nicht nur einfach für die vergangenen Sünden des vergangenen Jahres, sondern das ist eine ewige Sühnung, das hat für jeder Zeit, für alle Zeiten vorher und nachher gewirkt. Es heißt da ewige Erlösung, das heißt der Hohenpriester hat ja Sühne geschaffen, Jesus hat darum zuerst auch Sühne geschaffen, er kam mit seinem Blut vor den Vater und hat gesagt, ich bin gestorben. Denn im Blut ist das Leben, sagt die Schrift. Wenn er also sein Blut bringt, hat er damit gesagt, ich bin stellvertretend für die Sünden der Menschen gestorben. Jesus bekam mir die Sünde aufgeladen, als er gestorben war. Wir werden das in der Christologie dann mal näher ansehen. Und weil er jetzt Sühne geschaffen hat, hat der Vater reagiert. Es heißt im 2. Korinther 5,19, dass deswegen der Vater die Welt mit sich selber versöhnt hat. Und diese Versöhnung Gottes ist die Grundlage, dass Christen, also Menschen, die sich bekehren, gerechtfertigt werden. Und durch diese Rechtfertigung haben wir dann eben diese ewige Erlösung. Das ist grandios, wie das vom Alten Testament also dort vorgezeichnet wird und wir heute jetzt davon profitieren können. Vers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist. Es ist nur ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Da wiederholt sich immer ein bisschen etwas. Der Hebräerbriefschreiber macht deutlich, wie soll man denn das Alte Testament lesen mit all diesen Opferungen und der Sühne und dem Hohenpriester. Also, er ging ins Eigentliche, Allerheiligste hinein, ein Abbild des Wahren. Also äußerlich ist es eben nur die Kopie gewesen. Jesus ist in den Himmel selbst eingegangen. Und jetzt erscheint er vor dem Vater mit seinem Blut für uns. Jetzt schafft er Sühne, so wie der Hohenpriester im Alten Testament auch Sühne geschaffen hat. 26. Nicht um sich abermals zu opfern, sonst hätte er ja oft leiden müssen von Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Zeiten, also am Ende des alten Bundes, ist er ein für allemal erschienen. Um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Ah, grandios. Also er hat die Sünde aufgenommen, ist gestorben, das Blut ist das Zeichen dafür, ich bin gestorben, er schafft Sühne und so konnte der Vater die Welt versöhnen. Und jetzt ist die Möglichkeit da der Rechtfertigung, was eben dann die Sünde aufhebt. Das ist der Weg unserer Errettung. Also grandios, wie da die Verbindung gemacht wird von 3. Mose 19. Das wünsche ich uns allen, dass wir das so richtig fassen können. Dann wird Christus für uns immer größer. Ich nehme dann auch gleich den Rest von 3. Mose mit dazu. Jetzt ab Kapitel 17 bis 26 kommt dann das Heiligkeitsgesetz. Wie lebt man jetzt vor Gott? Viele Details werden hier aufgezählt. Zum Beispiel das Verbot von sexuellen Beziehungen. Wird genau gesagt, was ist im Sinne Gottes, was nicht? Denn die Beziehung zu Gott ist ja das Original zur Ehe. Die Ehe ist das Abbild in der Beziehung zu Gott. Und darum soll man nicht beliebige Beziehungen untereinander haben, sondern gemäß der Schöpfungsordnung ein Mann, eine Frau zusammen lebenslänglich. Dann Kapitel 19, Vers 2. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Das haben wir bereits vorhin schon gesehen. Gott zeigt sich als der Heilige und darum sollen wir entsprechend leben. Das ist hier ein Reflexionszitat, das in Matthäus 5, 48 oder 1. Korinther 6, 19, 1. Petrus 1, 15, 16 aufgenommen wird. Das ist hier ein ganz wichtiges Zitat. Ja, auch dazwischen kommt mal im 1. Mose 19 ein Reflexionszitat, zum Beispiel Vers 12. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen. Gedanke, der dann auch von Jesus aufgenommen wird. Oder Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also, die Liebe wird eigentlich schon im Alten Testament verwurzelt, auch wenn das dort noch nicht so breit drinnen ist. Ja, es gibt dann verschiedene andere Bestimmungen. Ich nehme noch Kapitel 25, Vers 38. Da geht es um das Zinsnehmen des Volkes. Man soll sich innerhalb des Volkes keine Zinsen nehmen. Und die Begründung, Vers 38. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, um euch das Land Kanan zu geben und euer Gott zu sein. Weil Gott in die Freiheit geführt hat, sollen wir uns untereinander nicht knechten. Und immer wieder darauf zurückbezogen, auf das, was heilsgeschichtlich eben gelaufen ist. Nun, ein Höhepunkt ist dann das 26. Kapitel aus 3. Mose. Das wird in 5. Mose 28 auch wiederholt. Und zwar Segen und Fluch. Wenn ihr mir nachfolgt, ist der Segen da. Wenn nicht, dann kommt der und der Fluch. 26, 2. Haltet meine Sabbate und habt Ehrfurcht vor meinem Heiligtum. Ich bin der Herr. Werdet ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote halten und tun. So will ich euch Regen geben zur rechten Zeit und das Land soll seinen Ertrag geben und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen. Und dann wird weiter aufgezählt. Vers 5. Ihr sollt sicher wohnen. Vers 6. Ich will Frieden geben. Ihr sollt ruhig schlafen. Vers 9. Gott will uns fruchtbar machen, mehren. Er stellt sich zu seinem Bund. Und dann Vers 11. Das ist ein Reflexionszitat zu 2. Korinther 6, 16. Ich will meine Wohnung unter euch haben und euer nicht überdrüssig werden. Und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Eben dann, wenn wir in den Geboten drinnen sind, dann ist es umgesetzt. Aber das Volk hat es eben nicht vollkommen geschafft. Darum wird man das erst im 1. Petrus 2, 9 dann gesagt, dass das jetzt umgesetzt ist. Denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ihr nicht ihre Knechte bleibt und habe eure Joch zerbrochen und habe euch aufrecht einhergehen lassen. Nun, soviel zum Segen. Und jetzt Vers 14. Der Fluch. Werdet ihr mir aber nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun und werdet ihr meine Satzungen verachten und meine Rechte verabscheuen, dass ihr nicht alle diese Gebote tut und werdet ihr meinen Bund brechen, denn so will ich auch meinerseits dies an euch tun. Ja, dann kommt dann die Aufzählung, Vers 18, wie das wird, dass der Fluch hinterher geht. Wird dann eine Stufe nach der anderen Stufe gegeben, wenn nicht, dann siebenfältig mehr und dann nochmals siebenfältig mehr. Ja, Vers 24 dann wieder. Ich nehme Vers 27. Werdet ihr mir aber auch dann noch nicht gehorchen und mir zuwiderhandeln, so will auch ich euch im Grimm zuwiderhandeln und will euch siebenfältig mehr züchtigen um eurer Sünde willen, dass ihr sollt eure Söhne und Töchter Fleisch essen. Also das geht immer mehr. Ich werde reagieren und wenn ihr nicht, dann nochmals siebenmal ärgern, nochmal und nochmals vier Stufen und jetzt Söhne und Töchter Fleisch essen. Das Tragische ist, dass genau das bei Eusebius in der Kirchengeschichte Buch 3, Kapitel 6, 1 aufgegriffen wird. Auch Josefus in seinem jüdischen Krieg wird das aufgenommen, Kapitel 5, 424 bis 438. Das hat sich dann so erfüllt, da bei Eusebius und Josefus beschreiben das im jüdischen Krieg, 66 bis 70 nach Christus, als die Römer gekommen sind und die Stadt Jerusalem belagert hatten. Und die einen hatten dann gesagt, komm, wir ergeben uns, dann haben wir wenigstens Frieden. Die Zeloten hingegen, die haben gekämpft, damit der Tempel bestehen bleiben könne. Gott wird garantiert auch bei den, wenn die Heiden kommen, den Tempel da nicht freigeben. Und darum haben die gekämpft. Aber die Hungersnot war groß und innerhalb der Stadt war eben dieser Unfriede da. Und da wird jetzt von Josefus zitiert oder geschildert, der war ums Jahrhundert herum, hat er das geschrieben und Eusebius nimmt es in seiner Kirchengeschichte im Jahre 324 auf, dass das Volk sogar die Babys dann gegessen hat. Und wir haben dort eine Situation, dass eine Mutter dann ihr Kind gegeben hat und als das gegessen war, die andere Mutter jetzt auch ihr Kind geben sollte, aber die habe das dann verborgen und so weiter. Also ganz grausige Geschichten, die dort sind. Und das wird da ein Stück halt schon vorausgesagt. Jetzt nicht spezifisch auf den jüdischen Krieg, aber dort ist es so gekommen. Dort, wo der alte Bund zum Ende gekommen ist, hat sich das so kumuliert. Also ganz eine grausige Geschichte. Gott hat gesagt, wenn ihr mir folgt, dann so und sonst eben so. Und das macht Gott ernst. Das heißt, Gott sagt nicht nur hier, es ist dann im Fall so, sondern im Laufe der Geschichte hat es Gott dann entsprechend umgesetzt. Gott ist also bewusst nicht einfach tausend Jahre früher gekommen, als er Jesus, sondern das Gebot ist gegeben und es schildert Gott in der Geschichte, wie es ist. Bei Salomo die hohe Blüte und man hätte gerne in der Zeit gewohnt, aber nachher, als das Volk Gott den Rücken zugekehrt hat, ist auch all der Fluch dann eben da gewesen. Und das wollte Gott zuerst einmal schildern. Ihr schafft es nicht, in meinem Geboten zu sein, darum setzt sich all das um, was da vorausgesagt ist. Ihr seid Sünder, er braucht Christus. Das ist die Message, die da dahinter steht. Also hochaktuell, wenn man das liest und wie der ganze Heilsplan zusammenpasst, ist das so genial, dass wir das auch zusammen ansehen können. Nun, soweit bis zu Kapitel 3. Ich hoffe, das hilft und du siehst so ein bisschen die Zusammenhänge. Da wird es höchst spannend, so das Wort Gottes zu lesen. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Wenn wir dann in den 4. Mose gehen, da kommt er dann im Kapitel 10, der Aufbruch raus jetzt aus dem Sinai in die Wüstenzeit hinein. Bis dann wieder.